Lasst uns hören, was Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, geträumt hat. Die Überlieferung ist bei Al-Hakim in Al-Mustadraq und Sheikh Al-Albani, rahimullah ta'ala, sagt in As-Sahihah, dass diese Überlieferung authentisch ist. Eines Nachts träumte Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, er träumte von vielen schwarzen Schafen. Und zu den schwarzen Schafen haben sich viele weiße Schafe angeschlossen oder sich unter ihnen gemischt. Dann fragten die Sahaba, wie hast du diesen Traum gedeutet? Er sagte, es sind die Nicht-Araber, sie mischen sich mit euch in eurer Religion und in eurer Abstammung. Lasst uns eine andere Überlieferung hören, die Schwäche enthält, nach der richtigen Ansicht, die Schwäche enthält, aber sie umschreibt das Ganze, was mit den schwarzen und den weißen Schafen gemeint ist. Einmal sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat sich selber im Traum gesehen und es gab eine Gruppe von schwarzen Schafen, die ihm gefolgt sind. Aber dann kam eine andere Gruppe von weißen Schafen, die ihm gefolgt sind, bis kein schwarzes Schaf mehr zu sehen war. Das heißt, die weißen Schafe haben sich so vermehrt in der Anzahl, bis kein schwarzes Schaf mehr zu sehen war. Dann sagte Abu Bakr Siddique, und er war bekannt, dass er Träume bestens gedeutet hat. Er sagte, lass mich den Traum deuten, was die schwarzen Schafe anbelangt, so stellen sie die Araber dar. Die Araber sind etwas dunkler, so stellen sie die Araber dar. Und sie werden, viele von ihnen, den Islam annehmen und sie werden viele werden. Was aber die weißen Schafe anbelangt, so sind sie die Nicht-Araber. So werden die weißen Schafe, die schwarzen Schafe überwiegen, bis nichts mehr von den schwarzen Schafen zu sehen ist. Das heißt, die ursprünglichen Araber, die den Islam angenommen haben, sind mit der Zeit verschwunden und wurden von wem eingeholt? Von den Nicht-Arabern. Als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gehört hat, wie Abu Bakr diesen Traum gedeutet hat, sagte er, Genau so hat mir der Engel den Traum gedeutet, wie du ihn mir gedeutet hast.